Von der Friedensbrücke aus hat man einen wunderbaren Blick auf die Stadt Bautzen. Berühmt ist Bautzen vor allem für seine Altstadt mit den vielen Türmen. Das Wetter war toll, die Stimmung war prima und die Beine machten auch mit. Auf einem steilen Felsen hoch über der Spree liegt die Altstadt von Bautzen. Ganz gleich aus welcher Richtung man sich der Stadt nähert, stets begeistert die einzigartige Stadtansicht mit ihren zahlreichen Türmen. Das ist so gut. Musik Musik Interessant war das Justizgebäude, das wir uns von innen und außen ansehen konnten. Jahrzehnte lang ist in der DDR über die Bautzener Gefängnisse geschwiegen worden, jedoch waren sie in aller Munde. Musik 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 Musik